Guten Abend, Geburtstagskind! Ich mache später eine kleine Party. Aber ist die bescheuert? Kommt die her und ballert dich an, oder was? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Warum? Warum hast du das getan? Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Sie hat es verdient. Der Filmmittwoch. Hier bei uns im Ersten.